Beim letzten Mal war ich hier durch Materialmangel kurz vor der Ziellinie gestoppt worden und ich werde mir jetzt noch eine Platte anzeichnen und dann berechnen. 5, 10, 15, 20, 25. So, Okay. Was habe ich denn jetzt vorhin veranstaltet? Naja, die falsche Seite geblättert. So, dann passt es besser. Okay, dringend muss da jetzt mal was wieder drauf. Damit kann das ja die Rohr abbinden und ich habe mir für jetzt etwas ganz anderes vorgenommen. Ich möchte mich hier noch um die Elektrik kümmern. Und dabei vor allen Dingen dieses Stellpult sozusagen zu Ende bringen. Da hole ich mir mal den schwarzen Kuli. Dann das Ganze wird ja so zu Ende gehen. Wie es auf der anderen Seite angefangen hat. Jetzt müssen Sie mir die Weichen mal anschauen. Damit müssten auch die Standorte für diese Weichen relativ klar sein. Also für die Störschalter. Jetzt kann ich mit dem Bohrer rein. Und dann kann ich mit dem Bohrer rein. Mit so einem frisch geladenen Akku ist das doch eine ganz andere Geschichte. Jetzt sollte ich ein klein bisschen mehr mit dem Rücken zurückhalten. So. 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 out. So. 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 So.